na das hat jetzt nicht lange gedauert jetzt kommt der auftrag da war ich schon wirst du gleich sehen was ist los jetzt ist es soweit wieder also hier ist der körschüssel vollgestandelt die drei kammergrube ist schon mal gestern abgepumpt das werden wir gleich sehen na hallo du große nein lass meine kamera der ist da das ist ein fisch der kampfmaschine um mich zum wegfressen und der ist da ok hoffentlich der greift mich nicht an aber ich höre schon mal wasser läuft tatsächlich die grube ist schon mal abgeräht letztes mal war die voll und wir schauen mal jetzt da mit der kamera rein ob da noch sehr viel ablagerung drin sind oder nicht ja aber anschauen brauche ich nicht mehr leitung ist immer noch voll weil davor jetzt steht der glaschüssel voll letztes mal war ich mit andreas heute bin ich alleine aber ich glaube ich ziehe jetzt meinen spüler und mache das mit hochdruck dann wird schon mal passen so jetzt befinde ich mich genau bei der verstopfung sieht jetzt mal so aus bei 13 meter kommt nicht mehr weiter und das ganze leitung habt ihr jetzt bei vorige video auch mal gesehen das ist jetzt abgelagert also in diesem bereich sind jetzt noch feste ablagerungen aber das was davor gestanden ist das ganze wiese reicht mir keine platz alles unterhalb ist alles fest jetzt kommt meine spüle im einsatz ich werde jetzt mal mein auto wenden und auch genauso wie der andere macht von hier meinen schlauch durchziehen und bis nach vorne warum haben wir letztes mal nicht gemacht weil es war schon sehr spät und die frau müsste schon mal wegfahren sie hat auch gesagt sie hat keine Zeit und sie will eine Reinigung machen deswegen haben wir nur verstopft und beseitig und küchenleitung gereinigt und für das hat sie jetzt keine Zeit gehabt jetzt ist keine ahnung wie viele tage vergangen jetzt ist hier verstopft ich mache jetzt mit hochdruck sauber und dann soll sie warten bis zur nächsten reinigung discord aus aus Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 nicht so gut was ist jetzt wichtig dass ich nicht so weit mit meinen strahlereien fahre nicht dass da aus der kloschüssel raus ist ich glaube ich schiebe jetzt mal kamera da rein und mit hochdruck gleich unten rein jetzt geht es mal los ich glaube es wird jetzt alles nach plan laufen machen wir hier mal vorsichtshalber zu licht aus dass keine sich erschreckt aber unsere leitung sollte jetzt hier rauf gehen also sollte hier jetzt nichts mehr passieren abgesichert ist immer besser als gar nichts ich hoffe mal dass ich habe jetzt empfangen hier ja 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 Das war's. Jetzt bin ich verkehrt abgebogen, praktisch in diese Leitung. Was wir letztes Mal geschaut haben, hier kommt die Küche unten und da ist jetzt mein HD Schlauch. Okay, dann machen wir mal diese Leitung auch mal sauber, ist ja kein Problem. Wichtig ist, dass ich beim zweiten Mal richtig mal abbiegen kann. So, jetzt kommt der zweite Versuch. So, jetzt kommt der zweite Versuch. So, jetzt kommt der zweite Versuch. Jetzt können wir gar nicht richtig drin Ja, das war's Ja, das war's jetzt ist schon mal was rausgekommen jetzt schauen wir mal schnell bei toilette ich hoffe dass alles ok ist, sonst habe ich einen sehr sehr langen tag, sollte eigentlich nichts passieren außer ich habe jetzt falsch abgebogen, hier sieht es schon mal gut aus jetzt haben wir noch ein bisschen durchspülen und danach schauen wir mal also die löse ablagerung sollten schon mal alle hier außen sein jetzt bin ich mal zwischendurch mit der kamera reingefahren eine feste ablagerung habe ich da aber ich lasse jetzt mal ausblenden der stopfung ist immer noch da jetzt schauen wir mal ob der sich löst oder nicht das rohr wenn wir ein bisschen grob reinfällt, dann fährt es weiter das rohr wird ein bisschen grob reinfällt, dann fährt es weiter das ist schon mal krass, da ist der richtige Schuss noch rausgekommen läuft ja nach Plan, jetzt bin ich anstatt 13, 17 Meter drin, Abfluss ist jetzt mal frei das restliche Zeug mal rausspülen und dann haben wir es und dann schauen wir mal die ganze leitung, weil die ablagerung, die feste, die sind noch drin, die muss man mal dann mit Kettenschleuder weg machen aber da müssen die kollegen danach halt ran oder ich vielleicht mal beim nächsten mal schauen wir mal die ja da hat sich die Leute warm ja da hat sich die Leute warm ja 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 Das war's denn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier links haben wir unseren Zulauf, da wo es zur Küche geht Und das ist, bin jetzt ohne Zentrierer drin, deswegen bin ich jetzt ganz unten Das Unterhalb ist alles steinhart Das ist ja 35 Jahre, ich habe nichts gemacht Hier sieht man schon mal die Muffe offen Ja, das wird der Muffe gleich beschädigt sein Hier auch Jetzt schauen wir mal weiter Also die lose Ablagung, was die Verstopfung verursacht haben Sind alle jetzt weg So wie aussieht Genau, das ist jetzt so 2-3 cm Platte, die richtig hart ist und grau Aber ich sollte jetzt demnächst bis zur Grundreinigung nicht mehr verstopfen Weil das zum Ausfressen ist, wir sind jetzt schon 16 Meter drin Da brauchst du schon mal ordentlich Zeit Wird ausgefräst, wahrscheinlich mit der Kette Und dann demnächst auch mit HD das ganze löse Zeug rausspülen Da kommt man jetzt in den nächsten Toiletten Das ist jetzt unsere Plastikleitung Hier bei 21 Meter kommen wir nach oben Und in dem Bereich hat sich alles gesammelt So, hätte die Frau letztes Mal Zeit gehabt Das war jetzt, keine Ahnung, eine gute Stunde, eineinhalb bis zwei Stunden, was ich gearbeitet habe Hätte ich jetzt das alles selber beim letzten Mal gemacht mit Andreas Aber ja, jetzt ist frei So, jetzt bin ich mal soweit, aufräumen und dann ist es zum nächsten Kunde Würde mich freuen über dein Like und Abo Gerne als Mitglied meinen Kanal unterstützen Dass er noch mehr wächst Und ich mache wie immer Hier sind Sonntag neue Videos